Kunstfunken, der Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kunstfunkens. Ihr wisst schon, das ist der Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner. Ich führe euch heute durch die Sendung und ich entführe euch auch gleichzeitig in die Oststeiermark, wo Günter Friesinger daheim ist, der den Kulturverein KOMST leitet. Herzlich Willkommen, lieber Günter. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ich werde jetzt zuerst kurz vorstellen und werde natürlich sehen am Nicken, ob meine Biografie irgendetwas hält. Du bist 1973 geboren in Graz, lebst, arbeitest in Wien, Fernitz und Anger bei Weiz, an allen drei Orten wahrscheinlich gleichzeitig. Du hast Philosophie studiert und bist Künstler, Autor, Kurator und Produzent. Obmann des Vereins KOMST und sowie Geschäftsführer des internationalen Kunst, Technologie, Philosophie, Kollektivs, Monochrom. Ja, stimmt, ja. Möchtest du das jetzt noch mit irgendetwas ergänzen? Ja, ich mache natürlich neben dem andere Sachen auch. Also ich leite andere Festivals, ob in Österreich oder im Ausland, ob Exotika. Heuer ist so ein spezielles Jahr, du hast das exakt, 1973 geboren. Das heißt, ich bin gerade 50 geworden. Ah, du hattest schon Geburtstag? Ja, Mai. Ah, herzlichen Glückwunsch. Und danke. Und willkommen im Club. Es tut weniger weh, aber gleichzeitig auch so ein schönes Reflektieren irgendwie, wenn damit einher auch andere Festivitäten gehen. Monochrom 30 Jahre. Ein anderes Festival, das ich mache, Rob Exotika. Das ist ein Festival, wo Roboter Cocktails mixen. Wir hatten da einmal im Rahmen von Steirischen Herbst eine Ausgabe auch in Graz. 25 Jahre. Also es geht dahin. Es ist irgendwie… Sehr rund. 1973, 2023. Ja. Gemeinsam mit Georg Kratzerleit, jetzt kommt es wieder, 13 Jahre, oder? Den Verein Kommst? 13 Jahre, ja, genau. Und Kommst spielt sich prinzipiell in Anger bei Weiz ab. Und meine erste Frage ist, wie kam es zu dem Namen? Weil im Grunde könnte man mit Kommst auch ein bisschen erinnert werden an H.C. Artmanns Werbungsspruch von Humanik, Cum Ahin, Kranz. Stimmt schon, ja. Vielleicht aber quasi, um den Wirkungskreis ein bisschen zu erweitern. Wir sind hauptsächlich aktiv in Anger, Flowing, Buch bei Weiz und in Weiz. Da sind die meisten Veranstaltungen und haben aber vor ein paar Jahren auch so ein Projekt gestartet, kulturelle Nahversorgung Oststeuermark. Kommt vielleicht eh nochmals Nachfrage. Genau. Wo wir tatsächlich versuchen, in der ganzen Oststeuermark aktiv zu sein. Hauptsache ein Glück mit dem Kulturbudget, dass das von den Gemeinden zusammengelegt wurde, oder? Soweit ich mich erinnere oder das richtig nachgelesen habe. Genau. Man muss auch sagen, wir haben auch insofern ein Glück gehabt, weil es gibt ein Sort-Four-Festival. Den sogenannten Angerer Frühling, der hat vor über 40 Jahren begonnen zu arbeiten. Und damals gab es sieben Gemeinden, also vor der Gemeindefusion. Und die haben tatsächlich gesagt, wir legen unser kleines Kulturbudget zusammen und dann wird es ein größeres Kulturbudget. Und wir machen dann eben das Programm für die Region. Und Angerer Frühling auch deshalb, weil es halt auch die Gefahr ist dort. Da ist die Kirche, da kommt vieles zusammen. Und von dort aus produzieren und gestalten und veranstalten wir unsere Festivals. Kommt ist natürlich kreativ geschrieben, mit großen, also inversalen. Und gleichzeitig ist nach dem Komm, also nach dem 2M ein Punkt und das ST nochmal extra. Das ist eine vieldeutige Anspielung. Ja, aber vor allem quasi hat sich das sehr schön ergeben als Domain. SD als Domain. SD auch für Steiermark. Und Kommst natürlich ist einfach, komm einfach zu uns und schau dir die Sachen an. Und vor allem kommen wir ja auch zu den Leuten. Das ist ja ein Kommen und Gehen, beziehungsweise wir kommen alle. Weil der Ansatz von Kommst ja auch der ist, mit der Kunst zu den Menschen zu gehen. Und wir veranstalten in Gasthäusern, wir veranstalten in Lehrständen in der Region, wir veranstalten in der Kirche, aber natürlich auch in Gemeindesaal. Also je nachdem, was sich anbietet, auch im öffentlichen Raum und versuchen dort auch die Leute direkt zu erreichen. Also diese Hürde, die oft da ist, wenn man sagt, man muss irgendwo hinfahren. Man muss nach Graz fahren und dann geht man ins Schauspielhaus oder in die Oper. Und das ist alles super. Aber es ist tatsächlich auch verbunden mit dem Aspekt, dass man irgendwo hinfahren muss. Auch mit einem gewissen Code. Das heißt, man hat einen Dresscode, den man befolgen muss. Man muss sich da wieder herrichten. Und dann aber auch, je nachdem, wo man in der Steiermark wohnt, ist das ja auch weit. Das heißt, das ist ja nicht so, ich fahre irgendwie zehn Minuten hin, sondern von Ang aus fahre ich schon mal eine Stunde nach Graz. Also das ist schon eine Hürde. Und die versuchen wir einfach auch gar nicht erst entstehen zu lassen, weil wir sagen, okay, hey, da in dem Gasthaus, in dem Leerstand, an dem Ort, findet jetzt halt ein zeitgenössisches Theaterstück statt oder ein Jazzkonzert. Und damit ist Kunst und Kultur einfach viel direkter und einfacher spürbar und erfahrbar. Gleichzeitig niederschwellig und gleichzeitig ist es natürlich auch euer Spruch oder der Kreisler für Kunst und Kultur mit der kulturellen Nahversorgung. Und das ist ja, das erklärt das ja auch sehr gut, dass ihr ein kommunikativer Treffpunkt seid. Aber wie kommt ihr auf die Orte? Weil das weiß ich, er bespielt gern ganz ungewöhnliche Orte mit Kunst und Kultur. Und beim Film gibt es ja einen Location-Scout, der auf die Suche geht nach dem idealen Drehort. Wie macht ihr das? Teilweise, man kennt die Orte. Das heißt, der Georg und auch der Roland Grazer, der ja auch im Festival mit dabei ist, sind dort direkt aufgewachsen. Das ist die Kennenorte, beziehungsweise entdecken wir auch immer wieder neue Orte. Das heißt, einer unserer lokalen Nahversorger, was jetzt das Getränke betrifft, ist die Familie Wilhelm. Und die haben einen Hof, wo man halt dann Äpfel sich abholt oder auch Getränke, Wein. Auch unseren großartigen Urhutler-Sekt kriegen wir dort her. Und irgendwann haben wir uns gedacht, hey, das ist aber echt ein schöner Innenhof. Und da gibt es einen Raum, wo auch so Weinverkostungen, Schnapsverkostungen sind. Vielleicht bespielen wir den einfach. Und das haben wir dann auch gemacht, tatsächlich dort zu spielen, dort Theaterstücke hinzubringen. Und im letzten Jahr hatten wir die Raptor-Dirnl zu Gast mit den Sternsingern. Und das war extrem super, weil das haben wir tatsächlich auch im Innenhof gemacht. Das heißt, das war extrem schön inszeniert, wieder so langsam heranwandern und auf einmal sind sie im Hof präsent. Und das ist einfach auch ein bisschen zu spüren, was könnte es der richtige Ort sein für Produktion, für Aufführung. Und dann einfach ausprobieren. Ich glaube, das Wichtige ist einfach tatsächlich auch ausprobieren. Gibt es jetzt auch Orte, die nur einmalig bespielt wurden, weil du dann dachtest, okay, das ist aber jetzt nicht so ideal? Ich glaube, wir haben viele Orte mehrfach bespielt. Also es ist quasi, glaube ich, fast keinen Ort gegeben. Doch vielleicht ein, zwei Orte. Aber da war es eher so, wir fragen auch Unternehmerinnen zum Beispiel. Wir haben einmal ja so eine Ausstellung gehabt. Und da hat es so Ausstellungsrundgänge gegeben. Da haben wir tatsächlich im Studio von Seideltrachten im Schaufenster eine Installation gehabt von Daniel Schatzmeier. Und der hat, das war halt einmal, das ist halt im Schaufenster für ein paar Wochen gestanden. Das ist aber auch kein wirklicher Ausstellungsort. Aber wir haben das benutzt, weil es halt diese Tour durch den Ort gab. Eigentlich wäre das ein schöner Ort. Und haben gefragt und haben auch das Okay bekommen, das dort auszustellen. Hast du jetzt zuerst die Projekte im Kopf oder den Ort? Oder wie verknüpfst du das dann miteinander? Es sind meistens die Projekte und dann die Überlegung, welcher Ort könnte passen. Also welches Lokal, welches Gasthaus, ob es eine Kirche ist, was auch immer. Aber es sind schon am Anfang die Ideen und die Projekte. Das klingt nämlich sehr schön, wenn man mit Menschen, mit Kunst- und Kulturschaffenden über verschiedene Orte, wo Projekte dann stattfinden, realisiert werden sollen, spricht, hört man oft von Widerständen, wie schwierig das ist. Allein das Veranstaltungsgesetz oder wie kann man das bewerkstelligen? Ist das auch sicher? Man braucht irgendwie Fluchtwege. Es gibt so viele formale Kriterien, die zu erfüllen sind, nicht nur auch von der räumlichen Schönheit. Einmal abgesehen, bei dir klingt das ganz leicht. Ich glaube, dass es wahrscheinlich in Städten auch schwieriger ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, und das hat uns der Angerer Bürgermeister einmal gesagt, wer für Frock geht weit ihr. Ich denke mal, und da hat er auch vollkommen recht, ein schönes Beispiel, wir haben mal eine Telefonzelle verwendet und haben dort einen Wasserfall reingebaut. Und haben halt überall angefragt, jeder hat gesagt, nein, das geht nicht. Und haben das dem Bürgermeister erzählt und hat gesagt, natürlich macht es das. Und dann haben wir tatsächlich Wasser aus dem Bach rausgeleitet, haben dort einen Wasserfall reingebaut. Bei vielen Leuten im Ort gar nicht mehr klar war, dass es überhaupt eine Telefonzelle ist, weil niemand mehr Telefonzellen verwendet. Das haben wir alle gefragt, was ist eine Telefonzelle? Und dann haben wir halt diese Telefonzelle bespielt und haben das Wasser dann auch wieder in den Bach reingeleitet. Und das war eine unglaublich schöne Installation von der Sarah Strauß. Aber wäre wahrscheinlich in einer Stadt nicht realisierbar gewesen und finde diesen entspannteren Zugang eigentlich schon sehr erleibernd. Ja, aber man spürt auch, dass der Bürgermeister zum Beispiel auch hinter euch steht. Und dass er da wirklich auch, wie sagt man, quer durch die oststallische Gesellschaft einfach Zuspruch und Anerkennung und Wertschätzung bekommt für das, was er tut und macht. Absolut. Also ohne die lokale Politik würde es nicht gehen. Und wie gesagt, ich habe das ja schon mal angesprochen, es hat so eine Vorgeschichte gegeben mit dem Angerer Frühling. Ich denke mal, dass der Bürgermeister, aber auch andere Menschen dort in der Region schon sehr, sehr lange damit konfrontiert worden sind, Und dass es Kunst gibt, dass es Kultur gibt, das unterscheidet sich ein bisschen von dem, was wir machen, weil wir kommen schon mit zeitgenössischer Kunst, mit progressiver Kunst in die Region. Aber der Grund, der Boden ist eigentlich schon ein bisschen urbar gemacht. Und wir können dadurch sehr leicht andocken und stoßen dankbarerweise wirklich auf offene Ohren. Jetzt seid ihr ja quasi mitten in der Oststeiermark. Wie würdest du die Oststeiermark einen Blinden beschreiben? Die Oststeiermark einen Blinden beschreiben. Hügelig und es regnet viel. Sehr schön. Also die Stärken und Schwächen der Region. Die Stärken und Schwächen der Region ist sicher auch so diese Kleinteiligkeit. Also die Wege sind weit. Also jetzt irgendwo hinzufahren, das kostet schon Zeit. Ist aber gleichzeitig auch ein Vorteil, weil der Weg dann auch wieder kurz ist. Wenn ich sage, ich muss im Ort, brauche ich was, dann geht es mit dem Bürgermeister und dann verhandeln wir und reden drüber. Und dann geht es auch wieder. Also das sind Vor- und Nachteile, die schon cool sind. Und die Region ist so vielfältig auch, finde ich. Also von, keine Ahnung, von der Käferbohne bis zum Kernöl, bis zum steirischen Apfel. Das war mir lange Zeit nicht klar, aber das ist eigentlich die Region in Österreich, wo am meisten Äpfel angebaut werden. Das ist sozusagen die Wiege des österreichischen Apfels oder den steirischen Apfels ist dort. Da ist die Spannbreite. Und gleichzeitig hast du aber auch viele Kreative dort. Mittlerweile ist ja die Versorgung bis in die kleinen Orte eigentlich ganz gut mit Internet, auch jetzt mit der Möglichkeit vorzuarbeiten. Unsere Gesellschaft an sich ist ja auch ein bisschen so im Umbruch. Immer mehr Leute können Homeoffice machen. Das heißt, es wird attraktiv, in der Region zu sein und zu arbeiten. Und ich treffe immer mehr Leute, die sagen, okay, ich komme aus Graz, ich komme aus Wien, bin da wegggangen, ziehe aber wieder zurück ins Haus der Großeltern, übernehme das und lebe hier und mache hier meine Sachen und kann davon leben. Wie würdest du die Oststeiermark in dem künstlerischen und kulturellen Feld einordnen? Ich habe das irgendwann einmal, glaube ich, vor zwei, drei Jahren gesagt in einem Interview, ich nenne es immer Kreativregion. Kreativregion auch deshalb, weil, und da bin ich ganz am Anfang, wusste ich es nicht, aber ich bin dann so draufgekommen, dass tatsächlich, und das war auch so die Geburtsstunde von der kulturellen Nahversorgung eigentlich in kleinen Orten, in kleinen Städten eigentlich eh sehr viel passiert ist. Und was wir halt versucht haben, ist es zu vernetzen. Und ich bin durch das Projekt draufgekommen, was es alles gibt und wie kreativ und wie die Leute wollen und tun. Und keine Ahnung, so ein schönes Beispiel ist für mich der Rote Google in Leitersdorf bei Leitersdorf, das ist ein umgebauter alter Bahnhof und wird betrieben von einem Malermeister, der gerne sich Konzerte angehört hat. Und dann hat er halt dort umgebaut und weil es oft schwierig war wegzufahren, hat er die Konzerte zu sich geholt und veranstaltet dort. Jede Woche ein, zwei Mal macht größere Festivals. Jetzt im August kommt das Rock the Session Festival, da kommen tausend Leute und mehr. Und das ist einfach großartig, wenn man so Leute entdeckt und findet und denen auch helfen kann, andere zu finden, sich zu vernetzen, sichtbarer zu werden. Das macht einfach wirklich Spaß, das auch zu sehen und zu erleben. Wir wissen ja, die Steiermark hat ja sieben Regionen plus Graz. Vor allem jetzt war das total wichtig, jetzt spreche ich wieder einen meiner Lieblingsprozesse der letzten zwei Jahre an, nämlich die Kulturstrategie 2030. Wir waren auch in der Oststeiermark zu Gast. Günther, du hast sogar einen Tisch moderiert und angeleitet. Und auch da war dieses Vernetzungsdenken sehr, sehr groß. Die Kulturstrategie wurde ja jetzt im Juni im Landtag mit einer wirklich deutlichen Mehrheit beschlossen. Und jetzt wird es im Herbst dann an die richtige operative Arbeit gehen, auch diese Handlungsempfehlungen und Handlungsfelder umzusetzen. Jetzt hast du das Gefühl, dass auch diese Kulturstrategie irgendwie in dieser Vernetzungstätigkeit in einer Gegend wie die Oststeiermark Auswirkungen oder Wirkung schon gezeigt hat in dem Feld? Schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass man da relativ am Anfang ist. Ich glaube, was extrem gut geglückt ist, war tatsächlich auch, dass es in den Regionen stattgefunden hat, dass man es begriffen hat. Das war ja leider Gottes lange Zeit ja nicht so. Es hat sich zu viel eigentlich auf Graz fokussiert. Und ich verstehe schon, es ist die Landeshauptstadt, aber sozusagen die Kultur, die Kunst in den Regionen ist eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Insofern bin ich dem Landeshauptmann auch sehr dankbar zu sagen, das zu begreifen. Es gibt Regionen und die muss auch in die Region gehen, wenn ich über Kultur in der Oststeiermark, in der Weststeiermark, in der Hochsteiermark reden will, dann muss ich dort sein. Und dann muss ich vor Ort mich mit den Leuten auseinandersetzen und austauschen und Meinungen abholen. Und das ist sowohl von Seiten der Politik, aber auch von den Projektverantwortlichen wie der Heidrun und dem Werner extrem super passiert, dass sie das gemacht haben. Zu kommen, mit den Leuten zu reden, die abzuholen, den Vorrunden dann auch in den Veranstaltungen. Ich glaube, aktuell sind jetzt mal alle Scharen einmal so in den Startlöchern und wir warten mal, glaube ich, alle darauf, wie es weitergeht. Also wir wissen wenig. Der Endbericht ist jetzt veröffentlicht worden, aber es ist halt noch nicht so greifbar. Wie ändert sich das wirklich? Wie werden, wie wird, keine Ahnung, gibt es tatsächlich mehr Geld in der Region? Weil sozusagen auch ein bisschen so die Frage ist, in Graz ist es wahrscheinlich leichter, in einem Kulturverein zu arbeiten und davon zu leben, weil ich möglicherweise eine Förderung von der Stadt kriege, eine Förderung vom Land und dann vom Bund. In der Region ist es schwieriger, weil oft kriegen viele Kulturvereine in den Gemeinden nichts, sondern die kriegen halt nur was vom Land. Aber dann ist halt das schon wieder ein Ausschließungsgrund beim Bund, weil der Bund sagt, ich muss von der Gemeinde auch was kriegen. Und deshalb herrscht da sehr viel unfreiwilliges Ehrenamt von Leuten, die eigentlich in dem Kulturfeld auch leben sollten und von dem auch existieren sollten. Und ich bin gespannt, weil wir sind ja auch in dieser Situation, dass es gerade eine riesige Inflation gibt. Wir sind in der Situation, dass viele Leute, die angestellt sind, Gott sei Dank Gehaltserhöhungen bekommen haben. Ich sehe das halt nicht im Kulturbereich. Wir haben zum Beispiel einen mehrjährigen Fördervertrag, der ist nicht inflationsangepasst worden, obwohl wir eine Inflation von 10 Prozent, über 10 Prozent teilweise hatten, sondern der ist, das ist jetzt quasi die nächsten drei Jahre, das ist jetzt von 2023 bis 2025 festgelegt. Und das sind jetzt die Dinge, wo wir auch warten. Gibt es tatsächlich eine Anpassung, gibt es mehr Geld und was wird sich verändern? Aber wir wissen auch beim Landsternmarkt oder beziehungsweise auch in der Kulturabteilung ganz konkret, es geht immer um die Kunst- und Kulturförderungen und natürlich wird sich da in den nächsten Jahren etwas tun. Aber wie das finanziell sich ausgehen wird, wir werden sehen, VRB ist natürlich ein sehr großes Thema, gepaart mit diesem Thema Ehrenamt, freiwilliges und unfreiwilliges Ehrenamt. Beides ist sehr wichtig zu beleuchten, auch von den verschiedenen Aspekten und auch zu diskutieren und auszuverhandeln. Und ja, wir werden sehen, wohin die Reise geht. Es wird eine wirkliche Arbeitsgruppe geben, die wird zu diesem Thema Förderkultur arbeiten und das wird sich ja sehr intensiv, weil es wirklich darum geht, wie schaut die Kunst- und Kulturförderung in der Zukunft aus. Soweit kann ich das auch hier gerne erklären. Das ist auch, du hast schon das Stichwort dazu geliefert, was den Unterschied macht, ein Kulturverein am Land zu sein. Im Gegensatz zum urbanen Raum, der Unterschied wird wahrscheinlich auch noch größer sein, was die Wege anbelangt und wie komme ich zu einem Publikum oder wer kommt zu mir da eben. Du gehst auch zu den anderen und du hast mich einmal bei einer Veranstaltung, ich kann mich erinnern, das war Arzt Steiermark mit der Ulrike Königshofer im August 2021, ich hoffe, ich lese richtig erklärt, dass du die Kunst und Kultur wirklich für die Menschen vor Ort machst. Und eigentlich, ob jetzt die Grazer zu dir fahren, ist jetzt nicht in erster Linie das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, die Leute in der Region für die Kunst- und Kulturprojekte zu begeistern. Und das ist ja auch schon, da gibt es ja ganz tolle niederschwellige Ansätze und ich kenne manche Geschichte und eine von diesen netten Anekdoten hätte ich gerne noch so erzählt. Ja, danke dir. Ja, stimmt natürlich quasi. Ist vielleicht eine harte Ansage, aber eben ich kann jetzt nicht erwarten, dass jemand eine Stunde rausfährt. Es ist schön, wenn es passiert. Deshalb war und ist uns auch klar, quasi wir müssen schauen, dass wir die Leute vor Ort abholen. Und es gibt so eine extrem schöne Anekdote, die ich immer wieder erzähle. Auch manchmal, ich unterrichte ja auch Kulturmanagement, weil es für mich so ein Beispiel ist, wann man es schafft, irgendwie der Leute wirklich anzukommen. Und das war so, dass ich eines Tages beim Fleischer Pechmann gesessen bin, der einer unserer Sponsoren ist und großen Förderer, Unterstützer und bin dort beim Mittagessen gesessen und dann sitzt da ein mittelalter Landarbeiter dort und schaut immer her. Und ich weiß jetzt quasi, ich schaue jetzt noch ein bisschen ungewöhnlich aus für die Region. Ich trage immer schwarz, habe lange Haare, habe einen Bart und das irritiert. Aber man blendet es aus, ich blende es aus, ich merke das gar nicht mehr. Da ist mir halt aufgefallen, dass man wieder her schaut und dann nimmt er sich ein Herz und kommt zu mir an den Tisch und sagt, darf ich mich dazusetzen? Und ich sage, bitte setz dich hin und dann sage ich schon, was willst du denn? Was magst du fragen? Und er sagt, kommt sie wieder zur Mietze her? Und er hat gesagt, ja, da haben wir an dem und dem Tag das Konzert und dann sagt er mir, ja, da muss er jetzt dann noch schnell Karten besorgen gehen. Und dann stellt sich im weiteren Gespräch raus, dass er im Jahr davor dort war und eigentlich ein Bier trinken wollte. Die Tellermietze Mietze, das war so eine Institution, leider geschlossen mittlerweile. Die Betreiberin ist im Pflegeheim, die ist schwer krank. Aber das war dann so eine Institution, wo halt immer wieder Leute waren, die haben halt gefeiert dort oder Bier getrunken am Abend. Und wir haben den Ort entdeckt und haben ihn aufgemacht. Und dann war er halt dort und wollte sein Bier trinken. Und wir haben gesagt, nehmen wir jetzt Veranstaltung. Und dann haben wir gesagt, ja, du kannst gehen oder du musst einen Eintritt zahlen. Und dann hat er einen Eintritt zahlt und ist halt geblieben. Und dann hat er sich ein Jazzkonzert angehört. Und das war das erste Jazzkonzert seines Lebens. Und das war für ihn, wie wenn da irgendwie eine neue Welt vor seinen Ohren und Augen quasi entsteht. Und er ist dann zum totalen Fan geworden, hat dann angefangen, sich Musik zu kaufen, sich das zu Hause anzuhören. Und er hat mir dann auch gesagt noch, er wäre nie nach Weiz gefahren oder nach Graz schon gar nicht irgendwie, um in so ein Jazzkonzert zu gehen. Aber weil wir dort in den Ort gegangen sind, weil wir dort zu Delamizzi mitgegangen sind, hat er sich das anhören müssen. Und wir haben für ihn so ein Erweckungserlebnis generiert. Und ich denke, wenn man solche Dinge hört, das ist das größte Kompliment, das man als Veranstalter in der Region überhaupt bekommen kann. Menschen eine neue Welt zu eröffnen und zu ermöglichen, irgendwo ganz neu einzutauchen. Das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. Mit dem Beispiel möchte ich auch gerne auf eine inhaltliche Ebene gehen, wie du Themen, die in der Oststeamark wichtig sind, sind sie jetzt gesellschaftspolitisch, sozial, ob sie jetzt mit der Natur zu tun haben, der Klima, Nachhaltigkeit, was auch immer. Wie verhandelst du das gemeinsam mit Kunst und Kultur? Werden die Projekte, ihr kuratiert ja meistens und veranstaltet, kommen die zu euch? Wie suchst du die aus? Weißt du, welche Kriterien setzt du an oder spürst du, was die Bevölkerung braucht? Also wie funktioniert das? Ich glaube, wir versuchen eine bunte Mischung zu haben. Das heißt, einerseits sind wir als Hausgerichte das Meerspartenfestival. Das heißt, wir haben einerseits Konzerte, da ist so irgendwie auch spüren, was könnte gerade wieder passen, auch an den Orten. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren so ein neues Ding gegründet, das aus Kümmelkommst. Also wir haben schon ein paar Jahre lang das Schloss Kümmel bespielt. Das sind wir exklusiv. Wir sind die einzigen, die das veranstalten können. Und dort ist immer so, dass wir uns überlegen, was passt dorthin? Und das ist auch so ein Nachdenken, Nachspüren, auch ein bisschen zu beobachten, was hat sich in Weiz, das ist jetzt nicht so ganz weit weg. Das muss man ein bisschen im Auge behalten. Weil wenn jetzt ein Quartett oder eine Gruppe dort aufgetreten ist, erst vor ein paar Monaten macht, das kann es Sinn, die einzuladen, weil das Publikum wahrscheinlich dort war. Und bei den Theaterstücken war es lange Zeit so, dass wir selber Theaterstücke umgesetzt haben und entwickelt haben. Da haben wir möglichst versucht, aktuelle Themen aufzugreifen. Und so ist es auch eigentlich im Ausstellungsbereich. Einerseits ist da so eine Mischung, Menschen aus der Region, die aus der Region kommen, wieder zurückzubringen und denen so eine Bühne zu geben. Der Georg Grazer hat das immer genannt, die Kunst der Stunde. Und ich finde das essentiell wichtig, weil oft ist es so, dass bei der Ulrike Königshofer war es ja auch so ein Ding, dass Menschen dort in der Region aufwachsen und dann aber irgendwie weggehen, nach Graz gehen und oder dann auch in Wien sind und man in der Region gar nicht mehr weiß, was machen die überhaupt. Und gerade im Fall der Ulrike war es auch so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben da einen Kunstraum aufgebaut, komm doch mal und nimm teil. Und dann gelingt es auch, diese Leute zurückzuholen. Und auf der anderen Seite ist es sicher auch so ein Nachdenken darüber, was ist jetzt aktuell, die nächste Ausstellung, die jetzt am 14. Juli eröffnet. Da geht es um Autarkie, da geht es darum, wie setzt sich Kunst, Kultur mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit Energieknappheit, mit immer weniger werdenden Ressourcen auseinander. Und wir sind gerade dabei, die Ausstellung fertig zu machen. Wo wird die sein? Die wird im Comstlab sein. Also wir haben seit 2015 einen eigenen Ausstellungsraum, Comstlab, Comstlabor, weil einfach vieles stattfinden kann. Wir haben dort Workshops gehabt, wir haben dort auch schon Dinge gescreent. Also das ist so eine Möglichkeit, sich nicht ganz festlegen zu müssen, dass ich jetzt so ein reiner Ausstellungsraum bin, sondern da kann auch anderes stattfinden. Und dann wird es im Ende August eine Ausstellung geben von einer ägyptischen Fotografin, die sich auch irgendwie mit dieser Klimathematik auseinandersetzt. Also das schon ein bisschen aufgreifen, was ist da, was ist aktuell. Und eine sehr schöne Ausstellung war auch, die ist entstanden. Vor ein paar Jahren, das war die Ausstellung Alte Räume, Neue Möglichkeiten. Das waren drei Architekturstudentinnen, die alle drei im mehr oder minder gleichen Zeitraum den Abschluss gemacht haben. Und interessanterweise alle sich mit Räumen, die leer stehen, in dem Ort, das einander gesetzt haben. Und das war, glaube ich, eine unserer bestbesuchtesten Ausstellungen, weil jeder einen Bezug zu einem dieser Orte hatte. Das fand direkt in Angerstadt. Das fand direkt auch in Comstlab statt. Und da kommt man vielleicht auch nicht vordergründig drauf, dass man sagt, man macht eine Ausstellung. Aber wie gesagt, machen wir eine Ausstellung. Zeigt uns die Modelle, die ihr entwickelt habt und die Pläne und dann machen wir was. Akquiriert ihr Künstlerinnen und Künstler, da kommen die alle zu euch? In vielen Fällen ist es so, dass wir akquirieren, also schon gezielt suchen, aber es melden sich auch welche. Das ist eigentlich das Schöne, dass so eine Mischung ist. Zum Großteil ist es so, dass wir gezielt fragen und sagen, wir hätten dich da gerne mal mit dabei. Und manchmal ist es einfach so, dass man über einen längeren Zeitraum miteinander redet, bis es dann wirklich gelingt, dass dann der Auftritt klappt. Rappt hat die an der Leibs eh schon angesprochen, die letztes Jahr bei uns zu Gast waren. Ich glaube, das war der vierte Anlauf. Und man muss sagen, davor war, ich weiß nicht, was beim ersten Mal war, aber zweimal war Corona im Weg. Und letztes Jahr haben wir es dann gemacht und das war, war auch irgendwie so, wir haben es dann Gott sei Dank im Außenraum machen können, weil es war im Mai letztes Jahr, das war ja auch noch nicht, Corona noch nicht vorbei irgendwie. Und das ist schon Thema auch gewesen, weißt du, so dieses sichere Veranstalten. Und wir haben Leute gehabt, die gesagt haben, ich komme nicht, weil es keine Auflagen gibt oder ich komme nicht, weil es Auflagen gibt. Man konnte es keinem Recht machen. Insofern war es in der Situation eigentlich total super, zu sagen, wir machen es einfach im Außenraum, in dem Innenhof, beim Wilhelm, weil da ist eh jeder an der frischen Luft gesessen und da kann keiner sagen, okay, da gibt es die Aerosole, bla bla bla. Ihr habt ja gleichzeitig ein Festival und aber auch ein Jahresprogramm. Ja, vielleicht ist es so ein Ganzjahresfestival. Wir haben vor ein paar Jahren, ich glaube so 2015 begonnen, uns zu einem Ganzjahresfestival zu entwickeln. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir diesen Ausstellungsraum bekommen haben. Davor hatten wir lange Zeit so ein altes Gasthaus, das Festivalzentrum, dann war das aber baufällig und wir haben einen neuen Ort bekommen. Auch ein Leerstand und ich habe mir dann gedacht, jetzt haben wir diesen Ort, der wird nur von uns bespielt. Dann schauen wir doch, dass wir ein Ganzjahresprogramm hinbekommen und hatten dann Glück, dass wir so ein Kunstraum-Steiermark-Stipendium bekommen haben für zwei Jahre. Und damit haben wir das eigentlich gestartet, dass wir Künstlerinnen eingeladen haben, dass wir einfach mehrere Ausstellungen mit ihnen gemacht haben und dann drauf kommen, wir können so ja eigentlich ein Jahresprogramm machen, weil eine Ausstellung läuft ja nicht nur einen Tag, sondern wenn die da ist, dann kann die auch ein paar Wochen laufen. Und das Thema ist eigentlich dann dieses Konzept entstanden zu sagen, wir machen ein Jahresprogramm und wir gehen weg von dieser Verengung. Und die Hot Show war es auch irgendwie, dieses zweieinhalb Wochen im Mai, das hatte schon was, konzentriert, war super, es war super dicht irgendwie auch. Auf der anderen Seite ist mir, eigentlich auch allen im Team klar geworden, dass wir, wenn wir wirklich nachhaltig arbeiten wollen, wenn wir tatsächlich immer wieder sichtbar sind, das mehr bringt und auch mehr Impulse setzt, weil schon die Intention auch die ist, dass wir andere anstecken, was machen zu wollen. Und das gelingt auch irgendwie, weil man merkt, okay, das lokale Gasthaus hat jetzt vor zwei Wochen ein Jazzkonzert am Hauptplatz organisiert, weil sie gemerkt haben, hey, das funktioniert gut. Die Leute kommen, das bringt ihnen Gäste und das geht den Leuten teilweise auch ab irgendwie und da gibt es noch eine andere Gruppe, Street Art Anger, die auch anfangen zu veranstalten. Und so soll es eigentlich sein. Also wenn wir da jetzt quasi Lust darauf machen, selber aktiv zu werden, dann haben wir unglücklich viel erreicht. Und ich glaube, das war und ist auf jeden Fall auch einer der Outcomes dessen, was wir gesagt haben, wir decken das ganze Jahr ab und wir sind auch präsent und vor allem waren wir auch präsent während der Pandemie. Wir haben schon kleine Adaptionen machen müssen, aber wir haben, uns war wichtig, dass wir da sind, dass wir veranstalten, trotz aller Widrigkeiten, dass wir nicht aufhören, sondern einfach das durchziehen. Wie groß ist das Team von Kommst? Das Team ist relativ klein. Wir sind vier Leute. Und setzt du Kommst oder setzt ihr Kommst auch unter ein Jahresmotto? Nicht wirklich. Okay. Also ich glaube, Jahresmotto funktioniert eher, wenn ich es konzentriert mache und eher auch für so Dinge wie, keine Ahnung, den steirischen Herbst oder Elevate Festival. Aber für so Festivals, wie es jetzt Kommst ist oder Projekte, wie es Kommst ist, ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Vor allem, weil wir so viele Spaten abdecken. Ich glaube auch nicht, dass so Festivals wie keines Rostfest da nicht unbedingt eine Thematik brauchen. Da geht es ja auch um die Orte und das geht um die Menschen. Was wird heuer noch stattfinden und inwiefern oder wie weit plant er im Vorhinein? Du, wir planen immer ein Jahr vorher. Also wir sind jetzt gerade mitten in der Planung für das nächste Jahr, wobei einiges steht ja schon fest, weil wir haben ja im Zuge der Dreijahresförderung. Das heißt, so ein Grundstock des Festivals steht schon, dass jemand immer dazu überlegt hat, quasi manchmal lösen sich Gruppen auf oder jemand kann dann auf einmal doch nicht. Was ist heuer noch zu erwarten? Wir haben einerseits eben, wie gesagt, am 14. Juli die Ausstellung vom Monochrom zum Thema Autarkie, Nachhaltigkeit in der Kunst. Wir haben am 4. August den ersten Tag von Kümmelkommst. Da wird der Hans-Bartutschnig auftreten. Auch ein ganz anderes Format, weil der eigentlich in großen Hallen auftritt und dort sind es eigentlich vielleicht nur 200 Leute. Und am 5. August wird der Moritz Weiß bei uns auftreten mit dem Kätzmatrier. Das ist auch total spannend, weil zwei so unterschiedliche Tage und beide haben eigentlich, und da sind wir eigentlich sehr froh, einen guten Zulauf zum Vorverkauf. Wie gesagt, am Ende August wird es eine Ausstellung geben von der Samarkar-Chef. Die kommt aus Kairo. Dann wird es im Herbst noch ein Theaterprojekt geben. Da sind wir gerade am Ausdüfteln, da möchte ich Ihnen noch nicht zu viel erzählen. Und dann wird noch im Dezember der Bernd Lueff mit seinem Drehau auftreten bei uns im Club Zitzbuch. Wo hast du schon so ein Gefühl, wo siehst du kommst bei der 20-Jahre-Feier? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe noch etablierter und ich hoffe dann auch vielleicht irgendwie schon mit Menschen an unserer Seite, die das vielleicht potenziell weiterführen. Also das hört sich jetzt blöd an irgendwie, aber wie gesagt, wir haben es am Anfang des Gesprächs ja gesagt. Ich bin gerade 50 geworden und ich glaube ja nicht, dass man Dinge ewig machen muss. Vor allem muss man auch Dinge zulassen. Ich bin in einem anderen Kontext, habe ich vor ein paar Jahren, 2018, Künstlerische Leitung in so einem Künstlersteinbruch übernommen. Das ist ein Symposium in der Brun, das ist in Niederösterreich. Und da war es tatsächlich so, dass der Gründervater, der ist 1967 gegründet worden, niemanden neben sich geduldet hat. Okay. Und das hat dann tatsächlich die Weitergabe total schwierig gemacht. Als der dann gestorben ist, gab es niemanden, der es weiterführen konnte. Dann gab es wieder eine Truppe, die das übernommen hat. Bei denen war es aber eigentlich genauso. Also das gibt es und ich habe im Zuge dessen, dass ich das übernommen habe, dann hat die Geschichte aufgearbeitet und das ist leider Gottes sehr gesehen, dass man dadurch sich ja auch total viele Chancen nimmt. Ich weiß nicht, ob das Angst vor Kontrollverlust ist, aber eigentlich muss man es als Chance begreifen. Und ich habe da auch einen ganz anderen Ansatz, dass ich nicht glaube, man muss Dinge ewig machen, sondern man kann Dinge auch weitergeben. Und es kann auch sein, dass das irgendwie ganz anders weitergeführt wird. Und das ist wichtig. Und was uns schon gelungen ist, ist so eine Generation von jungen Leuten aufzubauen, mitzunehmen, die auch immer wieder in Kontexten von Kompst auftreten, wie der Gregor Berger und viele aus dem Umfeld, die so eine neue Generation von möglichen Veranstalterinnen sein können. Und das ist ja auch das, was mich ja auch betreibt bei der kulturellen Nahversorgung, wo wir tatsächlich auch eine so eine Schiene haben, wo es um Mentoring geht, wo es um Wissensweitergabe geht. Wenn es darum geht, wie grüne ich einen Kulturverein, wie stelle ich mich auf, dass ich vielleicht Kulturförderungen bekomme oder wie finanziere ich überhaupt das Kulturprojekt. Ich glaube, weitergeben macht mehr Sinn und kollaborieren macht mehr Sinn als Einsiedlertum und Ausleben von, ich bin jetzt der künstlerische Genie und ich bin der Einzige, der Recht hat. Und das glaube ich nicht. Es ist ja vielerorts in der Kunst- und Kulturszene ein Thema, wie Weitergabe oder die Übergabe in eine nächste Generation funktionieren soll. Ich glaube, dass das tatsächlich eines der brennendsten Themen ist. Viele, und ich merke das so in einem Umfeld, weil ich immer wieder so Dinge sehe, viele Kulturprojekte sind in den 70er, 80er Jahren gegründet worden. Da ist eine Generation, die jetzt tatsächlich in Pension geht. Und wer übernimmt das? Wer führt das weiter? Und wie gesagt, ich sehe immer wieder Projekte, auch die, die mich nicht betreffen, wo es keine Weitergabe gibt und wo dann halt das Projekt vorbei ist, weil man auf das halt nicht geachtet hat. Schade, aber das muss man halt auch so nehmen. Ja, es wird auch so sein, dass es manche Dinge gar nicht mehr geben wird, anderes wird neu entstehen. Auch diese Schiene wird gefahren. Man muss ja quasi auch im Kunstkulturfeld ja nicht alles musealisieren. Also ich glaube auch, dass da genug da ist. Also ich habe gesagt, wenn man sagt, es gibt so Bereiche, die so etabliert sind, dass sie einfach weitergeführt sind oder werden, dann macht das Sinn. Aber ich glaube, es muss genauso Möglichkeit sein, was Neues zu gründen. Das heißt, wenn man sagt, da gibt es eine Gruppe von jungen Menschen, die sagen, wir haben die Vision, wollten das erreichen, mit diesen und jenen Medien, dann machen wir das einfach. Und dann muss man nicht unbedingt irgendwas übernehmen, sondern kann auch neu gründen. Das kann genauso stattfinden. Ich habe jetzt so etwas Abschließendes bei unserem Gespräch. Ich habe jetzt 20 so, ich muss jetzt wieder einmal nachschauen, 2020 den Glanzstückpreis des Landes Steierammerk in Kooperation mit der Kleinen Zeitung bekommen. Hat so ein Preis eine nachhaltige Wirkung für den Kulturverein Kommst? Ja, definitiv. Also ich meine, ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich am Cover war von der Beilage. und ich werde in der Region immer noch quasi erkannt, sie sind doch der Künstler, weil man, keine Ahnung, sitzt dann bei irgendeinem Lokal oder irgendwo hingeht, sie sind doch der Künstler und ihr macht es doch Kommst. Also das ist jetzt quasi das, was mich betrifft. Und keine Ahnung, manche Leute fühlen sich dann auch wirklich so, dass sie sagen, ich möchte dich einladen auf ein Getränk und dann quatschen wir ein bisschen. Und das merke ich schon. Das ist das eine. Wir haben auch eine Sichtbarkeit erfahren, die wir davor nicht hatten und vor allem auch eine, wie soll ich sagen, Anerkennung und Wertigkeit, weil es ist ja ein Landeskulturpreis. Und ich fühle mich nach wie vor geehrt, dass wir als Kommst den ersten Landeskulturpreis bekommen haben für eine Kulturinitiative. Weil alle anderen Kulturpreise, die ja vergeben werden vom Land, sind ja eigentlich Einzelpreise, sind ja eigentlich Preise, die gehen an, keine Ahnung, besten Schriftsteller, bildende Kunst. Also es sind mehr oder minder schon eigentlich für Einzelpersonen. Währenddessen hier tatsächlich was geschaffen wurde als Preis, der die Nachhaltigkeit, das nachhaltige Wirken, die Arbeit in einer Region irgendwie auszeichnet. Und diese Wertschätzung, die bedeutet uns viel und hat auch einen Nachhall in Gesprächen mit der Politik, in Gesprächen auch mit lokaler Wirtschaft, mit Menschen in der Region. Wie siehst du den Stellenwert von Preisen prinzipiell in Kunst und Kultur? Ich finde sie extrem wichtig, weil sie Arbeit würdigen und auf der anderen Seite, wenn sie dann noch monetär versehen sind, auch wieder Dinge ermöglichen. Weil jeder, der sowas bekommt, investiert das dann wieder in die eigene Kunst. So einen Preis kauft ja auch Zeit, Zeit kreativ zu sein, Zeit sich auszuprobieren, neue Dinge zu entwickeln. Und insofern ist es wichtig und wie gesagt auch, mir war das schon wichtig als jemand, der ein bisschen so auch immer wieder ins Ausland geht und viele von den Dingen, die ich gemacht habe, haben ja nicht in Österreich stattgefunden oder in der Steiermark stattgefunden, sondern in den USA. Und wir haben ja dort ja viel aufgebaut und dort ja so ein, das kennen viele Leute nicht, was wir dort machen. Ist auch okay, muss auch nicht so sein, aber mir hat das schon sehr viel bedeutet, diesen Preis zu bekommen für etwas, was wir da in der Region machen. Auch als jemand, der aus der Steiermark kommt und hier aufgewachsen ist. Es gibt ja quasi zwei verschiedene Schienen. Die eine ist ja, dass man für einen Preis einreicht und die andere ist aber, dass man vorgeschlagen wird. Also den Mut natürlich auch selbst einzureichen bei einem Preis und zu sagen, so, dann mache ich mit, weil ich kann mich mit den anderen messen. Meiner Meinung nach, das erfordert Mut. Das erfordert Mut und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch quasi mehr Bandbreite hat. Und nachdem ich ja selber auch immer wieder in Beiräten und Juries sitze, ob in Bundesländern oder auf Bundesebene, ist es einfach so, gerade dieses Vorschlagen ist halt so, man wird von einem Beamten gefragt, schlag doch drei Leute vor. Jemand anderer, da sitzen dann drei Leute, jeder schlagt drei Leute vor, vielleicht gibt es eine Deckungsgleichheit und dann hast du schon quasi mehr an ihnen einen Preisträger oder eine Preisträgerin. Das ist halt auch immer die Frage, wie präsent eine Person jetzt ist und da ist es manchmal echt schwierig, glaube ich, dass man dann auch, ich glaube, da gibt es viele Leute, die einfach durchrutschen, weil sie aus irgendeinem Grund vielleicht nicht so präsent sind bei bestimmten Menschen. Und das liegt natürlich oft auch an der Auswahl von Beiräten oder Jury-Mitgliedern, die halt in einem bestimmten Feld sind und dann aber andere Dinge halt nicht am Schirm haben. Also mir ist das immer wieder begegnet oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mir dann denke, ich denke immer so, thinking out of the box irgendwie, ich habe immer oft so Leute vorgeschlagen, die nicht vordergründig und zwar immer spannend zu diskutieren irgendwie. Und manchmal haben Beamte auch irgendeine Vision, wer es kriegen soll, aber dann brauche ich halt auch keinen Beirat. Und insofern, ich finde das Modell der Einreichung ganz gut, weil man viel mehr Bandreiter kriegt. Ja, es braucht Mut, sich auch selbst darzustellen und zu präsentieren. Auf der anderen Seite ist es mehr Chancengleichheit als, wie gesagt, fokussieren, Engführung auf Jury und Beiräte. Günther, großartig. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Wir werden vielleicht in zehn Jahren eine Fortsetzung finden. Es klingt alles sehr spannend. Danke vielmals fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Danke, Günther. Ciao, baba. Und wer hat es produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur. Deine Podcast-Agentur.